Tagesgeld und Festgeld bieten schon seit Jahren keine attraktive Rendite mehr und so investieren immer mehr Deutsche in Aktien. In diesem Video geben wir dir 11 Tipps zum Investieren für Anfänger, die man beim Geldanlegen an der Börse beachten sollte. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Und wenn du mehr solche Videos sehen möchtest, dann abonniere doch den Kanal und aktiviere die Glocke. So verpasst du kein Video mehr. Tipp 1. Verstehe, in was du investierst. Dieser Tipp liegt eigentlich nahe. Du solltest genau verstehen, worin du dein Geld anlegst. Wenn du zum Beispiel in Aktien investieren möchtest, dann informiere dich zunächst genau darüber, wie solche Investments allgemein funktionieren. Und wenn du schon eine Aktie eines Unternehmens im Auge hast, dann lies den Geschäftsbericht, die aktuellen Quartalzahlen und Analystenbewertungen. Möchtest du lieber in Fonds oder ETFs investieren, dann informiere dich in den Verkaufsprospekten oder online über das Produkt. Tipp 2. Setze nicht alles auf eine Karte. Gerade wenn du Aktien kaufst, kann es schnell passieren, dass du eine Fehlentscheidung triffst. Das ist ganz normal. Wichtig aber ist, dass dann nicht dein gesamtes Depot betroffen ist. Wenn du nur ein oder zwei Aktien kaufst, hast du ein hohes Klumpenrisiko. Eine hohe Diversifikation ist wichtig. Streue möglichst breit über verschiedene Unternehmen, Branchen und auch Regionen. Du kannst das Risiko zusätzlich auch über verschiedene Anlageklassen, wie Anleihen, Immobilien und Rohstoffe verteilen. Ein Tipp. Mit Fonds und ETFs kannst du auch mit geringem Budget breit streuen. Unten in der Beschreibung findest du weitere Videos zum Thema ETF. Tipp 3. Investiere nur frei verfügbares Kapital An der Börse solltest du nur Geld anlegen, das du kurz- und mittelfristig nicht für andere Ausgaben eingeplant hast. Auch wenn die Aktienmärkte in der Vergangenheit langfristig immer gestiegen sind, kommt das immer wieder zu Schwächephasen und auch zu Börsencrashs. Wenn du in einer solchen Phase dein eingesetztes Kapital benötigst, bleibt nur der Verkauf mit Verlust. Vermeide das unbedingt und lege dir am besten vor einer Anlage in Aktien oder andere Wertpapiere ein Notkonto an, auf dem du drei Nettogehälter angespart hast. So kannst du auf Geld zurückgreifen, ohne deine Investments auflösen zu müssen. Am Ende des Videos verlinken wir dir einmal unser Video zum Drei-Konten-Modell, mit dem du deine Finanzen clever organisieren kannst. Tipp 4. Geduld mit deiner Anlage Du brauchst Geld für ein neues Auto, eine neue Küche oder neue Möbel und überlegst dein Geld kurz in eine Aktie zu investieren, die gerade durch die Decke geht, um so zusätzliches Budget zu gewinnen? Das kann schiefgehen und hat auch nichts mit investieren zu tun, sondern es ist eine Spekulation. Das kann man mal wagen, allerdings nur mit Geld, das man auch bereit ist zu verlieren. An der Börse solltest du nur langfristig Geld anlegen, 15 Jahre und mehr. Dein Investment an der Börse sollte langfristig ausgelegt sein, so, dass du Schwächephasen einfach aussitzen und bestenfalls zum Nachkaufen nutzen kannst. Tipp 5. Bei Verlusten ruhig bleiben Wenn man sein Geld investiert, hat man natürlich die Erwartung, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Die Börse ist allerdings immer in Bewegung, so, dass du mit deinem Depot auch mal im Minus sein kannst. Kursschwankungen sind ganz normal und wenn die Kurse mal fallen, darfst du nicht in Panik verfallen. Nutze die Gelegenheit, um günstig nachzukaufen. Tipp 6. Setz dir die richtigen Ziele Zu Beginn solltest du dir Ziele setzen, die du mit deinen regelmäßigen Investitionen erreichen möchtest. Beispiel für solche Ziele können das Erreichen der finanziellen Freiheit oder auch die Altersvorsorge sein. Plane deine Investments entsprechend. Wichtig ist auch, dass du deine Ziele zeitlich realistisch steckst. Es macht keinen Sinn, Geld an der Börse zu investieren, um in zwei Jahren ein Auto von dem angelegten Betrag und der Rendite zu kaufen. Für diesen Fall ist Tagesgeld trotz einer geringen Verzinsung weiterhin die bessere Möglichkeit. Wie bei Tipp 4 schon gesagt, ist die Börse für die langfristige Geldanlage interessant. Tipp 7. Bleib bei Aktientipps skeptisch Wenn du dich über die Börse informierst, ob online, im Fernsehen oder in Fachzeitschriften, wirst du mit Aktientipps von Experten nur so überschwemmt. Oft mit Kurszielen von 20, 30 oder sogar 100% über dem aktuellen Kurs. Bleib skeptisch und kaufe nicht blind diese Aktienempfehlungen nach. Überlege, welches Interesse der Tippgeber hat, dir diese Informationen zu geben. Natürlich können solche Tipps auch hilfreich sein, aber du solltest dich selbst immer genau über die jeweilige Aktie informieren, bevor du kaufst. Natürlich gibt es Börsenexperten, von denen du etwas lernen kannst. Schau aber genau hin. Tipp 8. Spekuliere nicht, sondern lege an Die meisten Menschen denken bei der Börse an Kaufen, Verkaufen, Kaufen. In der Realität sieht das aber in der Regel anders aus. Dass eine Aktie gekauft wird und nach wenigen Stunden, Tagen oder Wochen wieder abgestoßen wird, sollte eher eine Ausnahme sein. Es gibt natürlich Menschen, die mit dem Daytrading, also mehreren Trades pro Tag, ihr Geld verdienen. Aber es gehört sehr viel Know-how und jahrelange Erfahrung dazu, um das dauerhaft erfolgreich zu tun. Für die meisten Anleger gilt, investiere langfristig und breit. So reduzierst du dein Risiko von Verlusten. Tipp 9. Nutze den Zinseszinseffekt Albert Einstein hat gesagt, der Zinseszinseffekt ist das achte Weltwunder. Wer ihn versteht, verdient daran, alle anderen bezahlen ihn. Und tatsächlich ist der Zinseszins auch an der Börse der wichtigste Mechanismus für die Vermögensbildung. Hier werden zwar keine Zinsen gezahlt, das Prinzip lässt sich aber trotzdem anwenden. Die Idee dahinter ist relativ einfach. Du reinvestierst deine Erträge, also Dividendenzahlungen und realisierte Kursgewinne. Auf diese Weise erhöhst du die Chance auf noch höhere Erträge. Einen Vorteil hast du hier zum Beispiel bei thesaurierenden ETFs, da hier eine automatische Wiederanlage erfolgt und damit kein Geld auf dein Konto fließt. Auf diese Weise wird in dem Moment keine Abgeltungssteuer fällig, durch die dein eingesetztes Kapital und damit auch zukünftige Renditen verringert werden. Die Steuer wird in dem Fall gestundet. Tipp 10. Überprüfe deine Anlagen regelmäßig Auch wenn du als Buy-and-Hold-Anleger nicht ständig kaufen und verkaufen solltest, musst du dein Portfolio regelmäßig überprüfen. Zum einen solltest du auf die Entwicklung der Regionen, Branchen und auch Unternehmen achten, um auf starke Veränderungen reagieren zu können. Zum anderen ist es auch sinnvoll, dass du einmal festgelegte Gewichtungen überprüfst und gegebenenfalls anpasst. Tipp 11. Fang einfach an Gerade am Anfang hat man das Gefühl, dass es noch viel zu lernen gibt und so schiebt man es ständig vor sich her. Wichtig ist aber die Erfahrung und die sammelst du nur, wenn du auch wirklich Geld investierst. Baue ein Grundwissen auf, verstehe wie die Börse funktioniert und beginne einfach mit kleinen Beträgen. Dir werden Fehler passieren. Sie sind unvermeidbar. Selbst den erfahrensten Anlegern passieren sie. Wichtig ist nur, dass du aus ihnen lernst. Wenn du mit kleinen Beträgen startest und Fehler machst, dann sind die Auswirkungen noch nicht so groß. Mit einem Aktien- oder ETF-Sparplan kannst du schon ab 10 Euro monatlich investieren. Wir hoffen, dir hat das Video 11 Tipps zum Investieren für Anfänger gefallen. Wenn ja, würden wir uns sehr über einen Daumen hoch von dir freuen. Damit hilfst du dem Kanal sehr. Vielen Dank dafür. Schau auch unbedingt das Video Passivgeldverdienen mit Dividenden-ETFs an, das wir dir hier verlinken. Außerdem findest du hier unsere Playlist mit weiteren Videos zum Thema Geld sparen und investieren. Wenn du noch Fragen oder einen Video-Wunsch hast, dann schreib uns gerne in den Kommentaren. Und wenn du neu hier bist, dann abonniere doch den Kanal und aktiviere die Glocke. So wirst du immer über neue Videos von uns informiert. Abonnieren ist natürlich kostenlos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.